Jeder kennt das Problem, wenn er den ganzen Tag über mit so einer kleinen DSLM-Kamera Videos drehen will. Entweder braucht man eine Menge von den Akkus, die hier unten reinpassen, oder man benutzt einen schweren V-Mount-Akku auf einem Spannungswandler, den man wieder auf einen Rig machen muss. Alles sehr kompliziert. Die Firma Rolux hat jetzt eine clevere Idee gehabt. Sie haben nämlich einen Top-Handgriff mit einem integrierten Akku verbunden. Dieser Akku hier drin leistet 72 Wattstunden und es gibt fünf Ausgänge insgesamt. Zwei D-Tab-Ausgänge, einen 12-Volt-Ausgang und einen 8-Volt-Ausgang, jeweils mit 3 Ampere belastbar, und einen USB-Ausgang mit 5 Volt und 2,1 Ampere belastbar. Auf der anderen Seite hier drüben gibt es eine Statusanzeige. Wenn ich da drauf drücke, kann ich sehen, wie voll mein Akku ist. Ich kann jetzt diesen Batteriehandgriff entweder hier oben als Top-Handgriff verwenden und hätte dann die Möglichkeit, zum Beispiel eine Funke wie diese hier von Comica hier noch dran zu bauen und diese dann über den USB-Ausgang mit Strom zu versorgen. Meine Kamera kann natürlich auch immer die ganze Zeit über den 8-Volt-Ausgang mit Strom versorgt werden. Wenn ich das nicht als Top-Handgriff verwenden will, sondern anders, ganz normal im Betrieb, habe ich die Möglichkeit, ihn hier an der Seite festzumachen und habe dann eine kleine, kompakte Einheit, mit der man wunderbar den ganzen Tag über drehen kann. Zusätzlich kann ich natürlich auch noch eine Akkuleuchte zum Beispiel dann hier oben drauf bauen. Wir haben jetzt hier eine von Aperture, die ich dann an den 12-Volt-Ausgang anschließe, sodass ich dann sowohl Kamera als auch die Akkuleuchte über diesen Batteriehandgriff speisen kann. Was ist eigentlich in dem Paket enthalten, wenn man es käuflich erwirbt? Es ist dabei der Handgriff, dann zwei Adapter, einmal für die Seitenmontage und einmal für die Top-Montage, dann ist dabei eine Cheeseplate, um den Griff universal eigentlich an jedes Cage dran zu bauen und eine Menge Kabel für den individuellen Gebrauch D-Tab und DC-Ausgang. All das finden Sie bei uns im Webshop.